hey früchte leute im video und willkommen zu einer weiteren folge let's play minecraft zusammen mit david ricardo und tim in der letzte folge haben wir am ende noch so einen kleinen deal vielleicht mit david vereinbart und zwar möglicherweise wenn er ein glück des meeres 3 buch hat und dann angeln und zweiter zusammen tut die ich noch habe welche vielleicht ein leid vergeben und dann hätte ich nämlich eine angel mit haltbarkeit 3 des meeres 3 köder 3 und reparatur und das bedeutet dadurch reparatur kriegt man also mit einmal angekriegt bei auch ein bisschen xp und das reicht um die angel um 5 wieder zu reparieren das heißt jedes mal wenn ich angekriege die angekriege quasi nicht kaputt gehen außer ich sterbe dabei ja wenn der auch direkt eine geben und ich lege noch einen reparaturbogen obendrauf oh das ist natürlich das ist natürlich ein deal das ist natürlich stark wie viel level hast du gerade ricardo 8 level aber ich habe ja wie gesagt schon dass haltbarkeit 3 geglückt ist also stimmt ich könnte das nicht mit dem reparatur zusammen richtig die frage ist halt aber ich habe keine gefunden ok wenn du immer ganz gut ich würde auch zum ende warte was hast du denn hier und machst du denn hier was macht sie hier hat es gerade zum entfahren und die hat ausgewachsen deswegen wenn ich den mit david ich muss kurz zurückkehren erst mal eine katze loszuwerden 22 wahrscheinlich die zu machen ja war klar leid aber wird ja ist gut ich kann jetzt nicht die 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 machen träger dann nicht vor allem weil die kann noch etwas extra drauf gehen ich habe den bogen schon ein bisschen repariert ich würde dir acht verschiedene verzauberungsbücher geben also was denn so lass mich mal gucken oder warte ich bin jetzt gerade schon auf dem weg mit meiner katze ja warte warte ich bin gerade ich muss erst mal kurz meine katze weg bringen jetzt richtig kommen die auf diese erleide oder ja ja das einzige was ich möchte das einzige was ich brauche jetzt richtiger richtig ist die battle wer bietet mehr also eine unverstellbare angehen wahrscheinlich noch mehr als acht geben so eine unfall aber so eine unbreakbare ange ist halt schon geil muss man tun ich frage mich jetzt echt warum die eine katze schusssicher 4 effizienz 4 verbrennung 2 atmung 3 sweeping edge 3 schärfe 3 feuerschutz 3 schärfe 3 rückschuss 2 feuerschutz 3 schärfe 3 schärfe 3 schärfe 3 schuss nehmens ist der giga 4 stärke 3 schutz 3 wasser affinität schärfe 4 schutz 3 schärfe 3 und behutsamkeit ich hab nichts gehört was ich nicht hab auch hey wo hast du dich denn schon wieder teleportiert du willst mich verarschen moment du musst musste katze kommst jetzt her und setzt hier hin und du bleibst hier hast du denn so viele Bücher Ricardo? so viele nicht? ja dann wünschen ich mir alle meine Bücher gegen die elitra tauschen jauuuu alter wobei ganz im Ernst kann er halt machen ne weil äh Die Bücher sind ja von Leveln her jetzt nicht so krass und Elijah ist halt schon erzählt, ne? Weißt du, ich zähl mal wie viele Bücher das sind, ne? Jo. Ähm, ich hab einen Stärke-4-Schlag-2-Flamme-Haltbarkeit-3-Reparaturbogen gerade geangelt. Alters! Ich leg den noch oben drauf. Alter, Reparatur ist halt schon krank. Ich kann dir noch ganz viele Spitzhacken dazugeben. Ich hab auch ein paar. Alter. Ja, du hast natürlich mehr, das stimmt, aber... Und Wasserläufer-3-Diamantstiefel. Boah. Au. Ja. Holy shit! Und Schärfe-4-Haltbarkeit-3-Rückschluss-2-Blinderungs-3-Dierschwert. Äh, ich hätte ein Schärfe-4-Haltbarkeit-3-Verbrennung-2-Sweeping-Edge-3-Dierschwert. Ja, Sweeping-Edge ist hier bei den Büchern, also da kann er noch der Satz dazu machen. Ja. Ich hab auch noch ein Sweeping-Edge-3-Buch. Ja, ich hab auch noch eine Lightrunner. Ja, ich hab auch noch eine Lightrunner. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Moment. Ich muss mal ganz kurz, ähm... Wir könnten auch einfach mal eine Doppelkiste machen im Lager. Genau. Und alle Sachen reintun, die wir... Richtig. Das hätte ich jetzt gerade... Ich wollte eigentlich gerade euch ein Buch und, äh, Dings geben, damit ihr euch jetzt mal reinschreibt, aber es ist eine bessere Idee mit dem Lager. Ja, macht das mal. Okay, warte. Gut. Oh, ich hab... Oh, ich hab jetzt alles in der Ender-chest. Ja, täh, ist ein bisschen wenig. Okay. Ohohohoho. Ja, in meiner Ender-chest sind... Ich hab nicht alles in der Energest, weil das selbst in die Schalkerbox normalerweise nicht reinpassen würde. Du hast zu wenig Schalkerboxen. Nicht mehr als du, also. Wie dir? Ja, hab ich auch. So, ich sollte hier mal ein bisschen mein Metall gucken, was die Leute so bieten. Aber nicht Unendlichkeit. Hört mich. Ist natürlich das Perfekte. Ja, das stimmt. Ja, nur Qualität liefern. Während David, ne? Dann mach ich den Deal und töte euch einfach und nimmer die Sache und nehmt die Leitung wieder ab. Weiß nicht, soll ich jetzt alle die ganzen Spitzhacken noch mitnehmen? Gutsamkeitsspitzhacken nehm ich noch ein paar mit. Was denn? Ach, da hab ich ja übrigens deine Bitte befolgt. Was hast du? Deine Bitte befolgt. Was für ne Bitte? Ich hab auf der anderen Seite auch nochmal so Übergänge gemacht. Ah, ok, cool. Steht gar nicht so scheiße. Weißt du, wie ich die Folge nenne? Ich werde reich. Egal welchen Deal ich abschließe, das wird nice. Fisch weg tun. Räuchtest du Tränke? Also, ich würde jetzt nicht nein sagen. Also, ich würde jetzt nicht nein sagen. Also, und denk dran, äh, theoretisch wenn die Tränke setzt, also wenn du die ganzen Sachen die du setzt, wenn ich es theoretisch dann David Stil nehme, dann kriegst du die Sache ja auch wieder. Also, das ist ja nichts was du verlierst. Weil du musst natürlich ihm klar sein, wenn ich es nehme, ist es natürlich weg für dich. Ja. Deshalb. Das wird interessant. Merkt, Julian freut sich. Ja, es war richtig. Wo hab ich den Leiter angekriegt? Ach, ich hab gar keinen Leiter. Brauchst du Quarz? Wow. Äh, ne. Äh, äh, also. Ja, ich, ich seh das gerade hier. Quarz und Glowstone. Wo hast du Glowstone fängt mir gerade ein? Julian? Äh, boah, boah, boah. Nein, Glowstone haben wir auch in der Kiste, also so ist ja nicht. Meine Apparaturgeleit war. Fällt grad auf, das ist ja die Chess, wo ich die ganzen geilen Sachen drin hab. GT? Schärfe? Alter, was ich ja alles drin hab, voll nice. Holy shit. Ich hab mich ja voll den nice, den nice stuff drin. Und einen goldenen Apfel auch. Und wir merken, dass wir die... So eine goldene Pferderüstung haben. Ja, geil! Am besten geht einfach ins Lager jetzt und sagt so, ja wollt ihr hier, willst du noch 17 Settel aus dem Lager haben? Namepack? Ja, 29 haben wir im Lager, also. Brauchst du Packeis? Ich hätte da so 8 Stacks. Ich hätte da so 8 Stacks. Aber... Wir sind mit beim Deal dabei. Aber nur... Hallo? Hallo? Vier Hülfen? Nee, 5 verdammt. Eisen? Hier ein bisschen Eisen. Hier ein bisschen Eisen. Ja, du ist schon fleißig am Aufbauen. Haben wir an, die sieht im Lager? Ich bin mir halt... Ich glaub schon, ja. Aber nicht so viel. Du bist so... Ich bin mir halt bei ein paar Sachen noch nicht sicher, ob ich das wirklich setze. Aber... Aber... Muss ich mal probieren. Es ist ein Elytra, ne? So viel ist... Also sag mal so. Wie nimmst du die Elytra? In der Theorie! Eigentlich nicht, aber ich will es ja auch. Tatsächlich ist es mir nicht wert. Vor allem nachdem. Kannst du Ricardo geben. Für wenn er... Oh shit. Oh. Oh. Okay. Ja, ist da... Ist... Ist das ehrlich? Es gibt so viele gute Bücher bei. Okay. Dann setze ich Elytra und ein Reparaturbuch. Nee, nee. Echt nicht? Ja, okay. Dann setze ich das Reparaturbuch auch nicht. Sorry, das sind mir jetzt doch zu viele wertvolle Sachen. Okay. Ist okay. Kannst du Ricardo geben? Wahrscheinlich wird er jetzt gar... Genau, jetzt wird er sein Angebot einfach ändern. Das kannst du nicht machen, David. Ich werd nicht mehr reich. Ja, Pech gehabt. Verdammt. Ja, okay. Das ist... Das ist dein Angebot. Das sind zwei Reparaturbühen. David. Geile Angel. David. Ein paar Bücher. Ich würd' sogar dich irgendwann mal begleiten mit in den zweiten End. Denke. Ja. Wahrscheinlich kriegst du ja in den nächsten Daylight Drive. Nee, die kriegst du dann, wenn ich die finden soll. Ja. So, Moment. Das kann ich ja nicht mit ansehen. Die ganzen Sachen. So. Der passt an Julian. Ja, wie gesagt. Okay. Interferatur. Nee, an Julian. Ich setz... Ich setz noch ne... Julian, ich setz noch ne Katze oben drauf. Nein, Moment, Moment. Du setzt die da hinten. Ähm, ich möchte nur ganz kurz wissen... Ob ich... Wie viel Level kostet es denn, das beide jetzt zusammen zu tun. Also ich meine, ich kann nicht die Sachen zusammen craften. Ich hab grad eh ein Level, also... Ich hätte im Moment halt nicht so viel, aber... Doch, ich hab dir richtig genug. Ich hab genug sogar. Nee, wie gesagt, ich kann das jetzt auch machen. Aber das ist jetzt eh... Ja, ja, aber du hast... Du hast... Ja, ja, aber du hast halt... Die Sache ist, ich hab grad 19. Wenn ich jetzt für 15 Level das zusammen crafte, ist es besser, als wenn du bei 55 oder wie viel Level du bist, das für 15 Level zusammen craftest, weil... Das sind 5 Verzauberungen auf Level 30, die du damit machen kannst. Weißt du? Ja. Ähm... Ja, komm, wann mach ich das denn? Keine Ahnung. Ich kann die ja jetzt verzaubern, was bringt mir das? Moment. Moment. Also dein Angebot steht, äh, Riccardo? Ja. Okay, lass uns mal ganz kurz überdenken. So, wir haben ja ein paar Tränke, das ist okay, ist jetzt nichts Fasses, aber... Gibt ja nicht Bücher noch ein paar. Hallo, mit denen kannst du wahrscheinlich, äh... Ich weiß nicht, ob man Full Dia da mit One-Hit hat, aber... Ich weiß es auch nicht. Wasserläufer ist halt schon nice, da Stärke, Schutz... Ja, die Bücher sind halt okay, also ist jetzt nix. Ja, okay, ich denke, ich geh den Deal ein. Okay. Okay. Also... Sag mal. Mal gucken. Okay. Hä? Bin ich... Bin ich dumm? Ich sag mal so, David, du hättest mehr geboten, denke ich jetzt mal einfach. Generell von dem... Ich hätte die Kiste mehr voll bei mir. Ja, ich weiß. Okay. Ich kann dir zeigen, was ich angeboten hätte. Äh... Seh ich mal um. Julian, das hätte ich angeboten. Alter! Hahahaha! Alles klar! Aber wie gesagt... Kann ich... Das wäre diese... Sehen... Gerade sein Schwanz, aber... So. Dann würde ich sagen... Meins... 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 Äh... Fahrdiamant... Die... 4... Wasserläufer 3... Ich weiß... Ich weiß... Ich muss... Ich hab... Ich hab schon gedacht... Als David da gesagt hat, ich ziehe das Angebot zurück, hab ich direkt versucht, die Kiste zu gucken, um zu gucken, was du alles wieder rausnimmst. Alter! Das... Das ist wirklich... Heftig. Ja. Ich hab... Ich hab ja noch mehr da drin gefunden. Das ist ja woanders gelagert. Wie wird Indestroyable geschrieben? Sagen wir es mal so... Indestroyable. Dafür, dass ich so kurz hier bin, hab ich auch... Kommt da ein A hinter das Y? Warte! Kommt da ein Y hin? Ja. Sehr wunderschön. Indestroyable... Oh, ich darf da Andestroyable, verdammt! Indest... Ja, sehr wunderschön. Ja, sehr wunderschön. Das ist... Nicht Undestroyable. Ich werd' ganz so zucken, bevor ich meine Ame jetzt... Ame jetzt Fane bin, ne? Moment! Indestroyable... Ich glaub, in oder un ist, glaub ich, egal. Undestroyable! Ja, aber die gibt's ja auch, mein ich. Kann sein, warte. Undestroyable ist die Übersetzung... Unser Sterber. Ja, okay. Ja, nimm mal einfach an. Ich mein, aber in gibt's ja nicht. Kann sein, keine Ahnung. Nimm ich Undestroyable. Moment. Undestroyable. Moment. Also... Haltbarkeit 3. Glückwunschmeeres 3. Kühler 3. Und Reparatur 3. Mehr gibt's nicht, oder? Ja, mehr gibt's nicht. Äh... Aber... Julian? Ja? Kommst du mal mit? Weil, das ist jetzt eh die letzte Folge wahrscheinlich für heute. Und, äh... Kann ich vielleicht noch was enscharten, bevor wir... Ja, ja! Also der Encharta ist ja unten, ist ja alles easy. Ja, ich weiß, aber ich brauch Bücher. Äh... Ich hab ein Tar. Buchbox. Oh, ich hab... Ja, hier ist ein Stankbücher. Also scheißegal. Okay, so... Machen wir da bist du? Natürlich muss ich mal meine Enderchesten und alles ordnen. Ich hab hier so ungeordnest ganzes Zeug reingeschmissen. Geiles Zeug drin. So, hier ist eine Glücks-Zweispitze, ey, pfff. Vor allem, ähm... Jetzt, nachdem du meine OP angemast, geh ich einfach nächstes Mal wieder ins End. Ja, ich geh vielleicht auch noch mal irgendwann ins End. Brach mir einfach ne neue. Ja, ist auch so. Schutz 3, Stärke 3. Wollte mal ne Tränkebox machen? Schutz 3. Köder 2. Nündung 2. Und das letzte Stärke 4. Die Bücher hab ich jetzt bekommen? Hab ich irgendwo noch Tränke drin? Nein. Also ich mach auch so'n, äh, Bahnhofs, äh... Restaurant. Oh, cool. Ich hab dann ein bisschen kleiner, aber es... Acht. Äh... Acht. Äh, verzauberte Bücher. Oh, verdammt, ich hab FF gedrückt. Entschuldigung, Leute. Moment. Ah! Und so. Ähm... Tränkebox denn, egal, ich hab noch zwei Level. Tränke minus Box. So. Da kommt noch der Goldenen Apfel rein, aber egal. So. Ich bin dabei glaub ich bereits, das ist mal ein ganzes... ich auch cool auch wenn ich jetzt gerne noch mehr gehabt hätte aber man damit hättest du nicht wenigstens zu meinen guten dass er es sagen könnte als regale sache da drin schade ist so schön gewesen weil ricardo bietet so jetzt 5000 sachen weiß so ja hier zwei bücher zwei bürger wird was nein also ungefähr sollte ich das erste schweiz machen wenn ich hier schon zurückziehe soll es auch scheiße für dich sein jürgen ja fuck you nö ja doch aber ich will ja jetzt komm mal mit ja moment komm mal zu deinem haus ja ich bin gerade noch am sachen sortieren der energist da bin ich gerade bei meiner secret chest ballen ganz viele bücher und jetzt viele bücher bücher weißt du was geil wäre wenn man verzauberte bücher wirklich in so bücher regale stellen könnte das wäre ich mein box mit generell bücher meine ich unendlichkeits buch das ist auch ein neues buch und das ist der reparatur für dich da war du rein im kreis bücher weißt du bist der reparatur für dich verkauft das wird so lange die boofbox ist voll und noch eine zweite boofbox wenn du ricardo auf der aufwärts hat ja warte ricardo kriegst du aufwärts gehalten wenn du meine zweite boofbox boofbox 1 und boofbox 2 und schwert wir weiß sehr stein und holzlastig aus hier guckt doch immer 24 händen bei der ender blumen hier die in der mitte stehen ja ja brauche ich auch noch ich mache noch bänke blumen äh was wollte ich noch machen hm so werbeplakaten wollte ich auch noch irgendwie da an die seite machen das ist alles kampf wo sind die treppen wirst du wie du 20 tun unten im keller hast ja leer sind ja da waren mal tränke drin ja ich sehe es hier will ich vielleicht noch so einen turi laden laden machen hier soll das restaurant kommen hier wird eine das ist die kampfbox ach das war ja ja hab ich noch ein schwert aber das ist ja der nächste so dann haben wir die kampfbox und wir haben die schwarzen ich muss einfach nächste kampf danke dafür ich muss dann einfach nächste aufnahme äh immer noch an meinem treppenhaus arbeiten richtig äh da noch mehr davon so ewig davon wobei lieber so das kommt dann eher in die box so ich habe eine kampfbox und eine dingsbox vielleicht noch ganz kurz hier eine box summe nennen und dann äh dann habe ich irgendwo ein ambos ne 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 die angel des todes kommt natürlich in die box so ender wird chest sortiert wuuu da wird noch eine unbenutzte schalkerbox und der reste gefüllt was machst du da ricardo warum die verzauberungen hatten ich meine ich werde auch ganz kurz das war ja vom zombie gedroppt die meisten die ganze kurzen dager ricardo und dager zu was zeigen das ist eine frage ich würde nur eine kleine sache kurz umbenennen und zwar die da ist jetzt meine kampfbox ne jetzt alle irgendwie box kampfbox also ich habe jetzt eine kampfbox eine weiße schalke kiste eine buchbox eine blaue schalke kiste und eine schrecke box und eine gelbe schalke kiste ok was ist denn der weiße schalke kiste noch mal drin ah da war noch mehr spitzhacken alles da wuuu mehr für die dicks box äh kampfbox kommen wir wieder kurz her und die box kommt wir auch kurz her ich oder vielleicht äh noch eine spitzhacken noch eine spitzhacken noch eine spitzhacken noch eine schaufel rüchelrüstung die ist eher als werkzeug gedacht und nicht als äh nicht werkzeug wow ne weiß doch nicht ne für die kampfbox das für kürbiskuchen kürbisse zucker und nein äh und ein äh ja bogen toll ah ne dann nehme ich lieber den bogen ich habe mal zwei bogen wuuu wir haben was du hast zwei reparaturbögen ne warte ich habe jetzt die angel des todes und 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 die sträubel lol hat es mir zwei angeln gegeben äh ne eine aaa lol ne ne ist ok ähm deine angel hatte ja schon köder und du des meeres richtig und haltbarkeit ja ja genau ok gut sträubel so nein dann willst du nochmal kommen wer gleich ich ja komm ich gleich komm ende der auf so buchbox so jetzt habe ich die ganze sache sortiert ähm ricardo was natürlich erst mal ricardo er hat nämlich zuerst gefragt was willst du denn zeigen ich will nur fragen ja habe ich da was falsch verstanden was denn du musst doch die katze mit fisch füttern äh ja mit äh rohem fisch ja dann komm mal her siehst du ja die müssen dafür äh stehen kompiziert hehehe 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 oh ep oh ok ja jetzt setzt euch bitte wieder alle hin hier ist äh uns massaker aber aber können aus zwei ähm nein die kriegen alle die gleiche die farben aber ich habe einmal das heißt wenn ich zwei schwarze kreuz dann kriege ich eine schwarze raus aber ich kriege aus den tigernen keine schwarze raus doch einmal habe ich eine rausbekommen zu glück aber es kommen mehr tigernen das heißt wir sollten ab jetzt ich finde die schwarze ist tatsächlich schöner als ich die gerne deswegen würde ich lieber äh zwei die schwarzen äh öfters haare äh hier übrigens ein bogen die können übrigens nicht so oft ne oh haa die kleine katze wie eine normale teure halt so was soll ich mit dem bogey ja der war in meiner kiste drin die brauche ich nicht mehr hehehe hehehe ok moment ich darf aber nur zwei mal schießen weil ich habe drei feine dabei weil man ich brauche ep ich töte mal kurz ein paar katzen nein ok die bringen die ausgewachsenen 1 bis 3 ep geil also nein nein haste katzenfarm machen also der katzenfarm genau und haben wir hier irgendwo hühner also ich weiß nicht wenn ich gehe zu dem und dann werden wir jetzt auch gleich schon die aufnahme du hast gar nicht gesehen was bei mir ist ja richtig hehehe touristinformation Bahnhofsrestaurant sieht äh sieht äh sehr voll aus hier also das sind sehr viele leute schon hehehe er ist ziemlich befüllt leuup jetzt die scheiß katze runtergekommen eine katze hat nicht gesessen ricardo was soll das äh zwei gehören jetzt ja mir hier echt sicher also die automatisch zwei kleine äh also normalerweise die die art kriegt die auch okay das ist gut zu wissen aber eine kleine ist mir jetzt der gefolge du hast gar nicht wie es bei den gleisen aus ja ich wollte ich aber erstes habe ich kurz und zweitens muss die katze zurückbringen die blumentopf aber nächste aufnahme ist ja auch mal ein screenshot ich habe screenshot gemacht aber ich glaube das wird halt weil ich ja nicht da gearbeitet habe nicht sondern dass du nächstes aufkomme ab leu ich habe die katze im blumentopf ich habe den blumentopf katze cool okay das bleibt so okay ähm gut dann linker blumentopf auf der fensterbank da gut drauf sieht von süß aus voll nice aber wie gesagt eigentlich du kannst du da aber die hast du ja jetzt komisch keine Ahnung vielleicht weil die anderen könnten alle meine sind ich weiß es nicht I don't know egal Leute ich würde sagen äh sind alle fertig so okay du könntest nochmal bei mir gucken und das wäre das ja das können wir aber auch nächste aufnahme machen weil das ist verdammt weit weit ist mäßig würde ich sagen das war's von der folge und die schon überlänge wenn es dir gefallen hat lassen wir uns in der nächsten folge wieder gucken was wir dann machen und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.